ja auch hier ok deutsch herrn kommt es zu einem video der zwei der introduction is much german und ja wir sind hier auf dieser guten dem vanilla anachie server erreicht man zu der arbeit so stützt sich den ab what the heck. Erreichbar unter der Domain sillyhund.com? Uh, da ging's hoch hier an der Mauer. Crazy. Ja. Plan für die Folge ist, würde ich sagen, die Mauer ist gegessen. Ist hier einen, ähm... Ja, okay, lassen wir kurz noch den Obsidian verballern. Aber da fliegen überall diese Teile rum. Oh Mann, hey. Okay, dann baue ich die Sachen hier hin. Okay. Ähm... Hä? Warte mal. Ich hab mir kurz noch ein bisschen Fleisch aus der Ender-Tress geholt. Denn... Irgendwie ist der Effekt von den Golden Apples nervig. Die sind irgendwie... Ja, ist irgendwie anstrengend. Ähm... Ja, also irgendwie hab ich das Gefühl... Also eigentlich Plan für die Folge ist hier auch eine TNT-Flying Machine hinzuklatschen. Ähm... Ich hab nur das Gefühl, dass wir das in der Folge nicht schaffen. Ich werde mich natürlich wie immer beeilen. Ähm... Auf meine Art. Ähm... Aber ich sehe schon einige Komplikationen aufkommen. Mal sehen, äh... wie das läuft. Ich weiß auch grad gar nicht, ob ich aus dem Kopf eine hinbekommen würde. Ähm... Ja, das werden wir sehen. Okay, auf jeden Fall schauen wir wieder was von der Media CCC, ähm... von dem Media CCC.de Kanal, ähm... Video von 2018 mit 23.000 Aufruf mit dem Titel GPN 18 SQL from Hell. Also SQL mit einem Dollarzeichen geschrieben. Ähm... Ja, würde ich sagen, let's go. Link zu dem Video ist wie immer in der Beschreibung. Wenn euch der Server hier interessiert, den erreicht ihr unter dieser Adresse. Momentan. Äh... Falls sich die Adresse ändert, werde ich euch natürlich informieren darüber. Ähm... Ähm... Other than that, würde ich sagen, let's go. Ja, herzlich willkommen hier im Medienteater auf der GPN 18. Als nächstes haben wir einen schönen Vortrag für alle Gruselfreunde hier. Ähm... Es geht um Datenbanken, historisch Gewachsene. Und unser nächster Speaker hat mit eben solchen Sachen beruflich zu tun. Ich möchte, dass ihr mit mir hier erstmal herzlich SMTV begrüßt. Hallo. Hallo. Genau. Da sind die Mikros noch zu? Na doch, ich glaube, die Mikros gehen. Okay. Wie gesagt, SMTV beschäftigt sich beruflich mit ERP-Systemen, unter anderem mit Nischen-ERP-Systemen. Und was er da so im Laufe seiner letzten Jahre Berufserfahrung alles Schönes gefunden hat. Das seht ihr jetzt hier. Viel Spaß. Und einen großen Applaus für SMTV. Dankeschön. Applaus Ja, wir hatten ja gerade schon die Sys-Admin-Nightmares. Die ist eigentlich ganz passend im Track. Also wie schon gesagt, organische Fundstücke. Äh, Fundstücke aus organisch gewachsenen Datenbanken. Ähm, vielleicht kurz, wie es dazu kam. Ähm, ich nenne das mal Motivation. Ihr kennt das vielleicht. Ihr habt so einen komischen Brocken alter Software rumliegen, die die Firma irgendwie einsetzt. Und dann geht es los. Dann gibt es Performance-Issues. Und dann fängt man mal ein bisschen in der Datenbank rum zu popeln. Und so gerne gesehene Sachen sind so fehlende falsche Indizes. Bugfixing auch immer beliebt. Wenn das Frontend abgestürzt ist, dann hat man plötzlich doppelte Rechnungsnummern. Also was Freude macht. Ähm, man möchte vielleicht ein Subsystem anbinden. Klassiker ist so Rufnummern, äh, Rufnummernauflösung für die Telefonanlage. Äh, muss man dranflanschen. Bei so Nischen-ERP-Systemen kann das natürlich nichts out of the box. Äh, man will vielleicht ein paar Auswertungen machen. Komplexere, individuellere Statistiken. Ein paar Reports, die, äh, das Management steht da bekanntermaßen drauf. Ähm, unter Umständen will man auch, das habe ich bei einem System gemacht, ein Webinterface dranflanschen, weil... Flanschen? ...machen echt keinen Spaß als Frontend. Ähm, auch in Kürze... Die üblichen Tools, die man da so verwenden kann, um sich, äh, ein bisschen, äh, Datenbank zu reverse-ingenieren oder durchzugraben. Die meisten haben eigentlich irgendwie ein Command-Line-Interface oder auch das, äh, die schöne Datenbank-Software von Microsoft SQL. Ähm, ihr findet Profiler, Login-Systeme, äh, das gibt's häufig Metatables, Schematables, was in die Richtung. Einzelne Befehle sollte man sich vielleicht dann auch mal, oder abfragen, sollte man sich dann vielleicht auch mal so mit, äh, Explain und Describe mal auseinandernehmen, wie läuft eigentlich die Abfrage so an sich. Irgendwann hat man dann auch mal noch so eine kleine Sammlung an Skripten, äh, die man irgendwie rumliegen hat, um in der gesamten Datenbank einzelne Felder zu suchen, so Späße. Und dann braucht man natürlich noch Geduld und Mate, Kaffee und Pizza. Und dann kann man sich da mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Lass mal auf Höhe 100 gehen. Die Quellen, ähm, wurde schon angenannt, diverse ERP-Systeme, eher so Nischen-Fu für irgendwie Systemhäuser, Gastronomiegewerbe, äh, ominöse, äh, Getränkegeschichten oder Ähnliches. Fast alles Microsoft SQL-Datenbanken, mit denen ich jetzt gebastelt hab. Häufig nicht schön und manchmal hat man das so Gefühl, früher stand da mal eine Excel-Tabelle, dann kam eine Access-Datenbank, dann kam irgendwie der Azubi und meinte, Microsoft SQL machen zu wollen. Ähm, ich werde keine Namen nennen, aber ich hab euch mal so ein bisschen die Selbstbeschreibung der Hersteller auf den Webseiten rausgezogen. Ähm, gehören zu den führenden Anbietern im ERP-Software-Umfeld. International bewährte Serverlösungen. Erfahrene Software-Experten, fand ich besonders toll. Aktuellste Sicherheitsstandards, zeitgemäße Verschlüsselungstechniken. Könnt ihr euch mal für später vormerken. Schauen wir doch mal, äh, rein. Ähm, ich fang mal einfach an, es geht so ein bisschen ums Naming. Ähm, ich hab da so eine Datenbank, da werden irgendwelche Artikel mit verwaltet. Und dann sucht man erstmal so, wo liegen denn, in welcher Tabelle liegen denn eigentlich die Artikel. Und dann sucht man so in diesen Schema-Tables, was ist denn alles, wo der Name Arti oder irgendwie sowas vorkommt, um die Tabelle zu suchen. Gut, gefunden. Nicht ganz erwartet das Ergebnis. Besonders schön in einer Datenbank Artic AAA, Artic Alt als Tabellennamen. Hat so das Niveau von Powerpoint, äh, Version 4, jetzt neu, aber wirklich. Ähm, also die sind genauso aus den laufenden Systemen und sind auch noch in dem Install-Dump, also in dem leeren Dump, was man bekommt, wenn man die Software installiert, genauso drin. Keine Ahnung warum. Nicht sehr viel besser ist dann das Naming in den Spalten. Das ist jetzt aus einer Tabelle. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie verteilt ist. Alles dabei, Camelcase, Underscore, äh, ich hatte dann auch noch welche mit All, Uppercase und so weiter. Also man wird da so ein bisschen verwirrt, schwierig lesbar, ähm, finde ich dann auch immer schön, wenn man so direkt nebeneinander, Beschreibung, Tiefstrich 1 und Zusatzinfo 1 direkt daneben steht. Muss man jetzt nicht unbedingt machen, kann man natürlich. Vielleicht resultiert dann daraus auch so ein bisschen was, äh, was wir uns hier mal kurz anschauen. Ähm, ich hab da jetzt so als Beispiel mal eine Kundentabelle. Hier, ID 23, der Name ist Fuba, äh, von dem Kunden und dann muss man mal schauen, was denn dieser Kunde so gemacht hat und guckt sich dann in den anderen Tabellen die Referenzierung an. Und normalerweise würde ich jetzt erwarten, so, okay, da gibt es jetzt dann einen Namen und da zieht sich überall durch und dann steht da halt in der Tabelle drin, das ist jetzt von der Kunden-ID. Okay, in dieser Datenbank habe ich gefunden, als Referenzierungsname, ähm, Name, Kunde-ID 3, Kunde-ID, Kunden-ID, Customer-ID. Also irgendwie weiß dann auch wieder so kein Mensch, wo geht es denn eigentlich hin. Ähm, ähnlicher Spaß geht dann weiter, ähm, beim Username, ähm, da hat ein User-Table auch ein Username drin, in dem Fall auch mal wieder ein bisschen Fuba. Und anstatt, dass man jetzt in der anderen Tabelle sagt, naja, User-ID ist die 23, nö, da steht geändert von und der Name steht drin. Wenn ich jetzt den Username in der User-Table ändere, dann steht da halt immer noch drin, der Herr Fuba hat es geändert und kein Mensch findet mehr, wer das ursprünglich geändert hat. Sollte vielleicht ungefähr so aussehen. Also einfach nur auf die Basis, äh, und ein vernünftigen, ähm, vernünftiges Naming. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel genommen, äh, Change by User-ID. Dann weiß man eigentlich so gleich, wenn man diese Tabellen auseinander nimmt, geändert von, okay, und dann User-ID, alles klar, ich schaue in der Tabelle, äh, User nach. Und da habe ich bald User-ID wunderbar gefunden. Es gibt da so einen schönen Satz, was diese Keys betrifft. Ähm, das ist, äh, the key, the whole key, and nothing but the key, so help me, Cod. Ein paar Kichern etwas, äh, Cod war ein britischer Mathematiker und Datenbank-Theoretiker, der hat, äh, dem haben wir eigentlich so das moderne, relationale Datenbank-Design in irgendeiner Form, äh, mal grundlegend zu verdanken. Der hat sich da sehr viel mit beschäftigt. Kann man sich so ein bisschen merken, wenn man damit zu tun hat, kümmert euch um die Keys. Was das Naming betrifft, mal so kurz zusammengefasst, ähm, da ist natürlich, äh, da ist natürlich keine Wahrheit, äh, da kann man vieles machen und da dir das ein anderes Geschmäckle, wie man so schön sagt. Ähm, gibt aber ein paar Basics, äh, keine Sonderzeichen, also den Tabellnamen Äs und Ös, schwierig. Keine reservierten Wörter, gibt tatsächlich Datenbanken, wo man dann drinnen sieht, dass dann die Tabelle Select heißt. Ja, da könnt ihr euch vorstellen, wie viel Spaß das macht, das zu Divacen. Select, Sternchen from Select. Ich nenne es jetzt mal, Juno Uno Sprache, ähm, diesen wilden Mix aus deutschen Begriffen, englischen Begriffen im Naming, ähm, macht es einfach gleich englisch, ihr werdet vielleicht irgendwann doch mal noch einen, äh, externen Programmierer oder sonst was haben. Ja, Pascal Case oder Underscore, ähm, vielleicht nicht unbedingt alles gemischt oder vielleicht mit einem stringenten Schema, ne, so kann man ja auseinandernehmen. Ja, never use all caps, äh, kann man machen, ist echt ekelhaft lesbar, äh, gerne dann auch in so ganz alten Datenbanken, wo dann alle Tabellennamen maximal acht Zeichen haben. Ähm, okay. Mit ID und dann ID und wieder ID und ich muss irgendwelche Konstrukte machen mit S irgendwas oder sonst was und ich weiß nicht mehr, welche ID das war und plötzlich kommt eine Fehlermeldung und ich krieg's überhaupt nicht mehr auseinanderklamüsert. Macht es vernünftig, spaltet da draus. Konsistente Referenzierung. Boah, ich würd's so gern wie Tab mein Inventar aufmachen können. Ähm, auch da erspart ihr euch in allen euren Mitmenschen sehr viel Ärger, wenn ihr das einfach durchzieht, ähm, und dann, wenn die Kunden-ID, halt Kunden-ID heißt, nicht plötzlich Custom-ID zu schreiben. Ja, ich weiß, da gibt's Cheats, die das können, aber blöd. Ja, wo das dazu hinführt. Okay, eine Wahrheit gibt's, legt es vorher fest. Normalisierung. Ah, ist perfekt, bepasst. Kann man sich drüber streiten, äh, das ist das Original aus einer Datenbank. Kunden-ID, Tel 1, Tel 2, Tel 3, Tel 4, Tel 5. Kleines Schmankerl am Rande, die Spalte Tel 4 ist immer leer. Im Frontend fehlt das Formular. Ähm, wie man es vielleicht eigentlich machen würde, also ich kenne Leute, die haben mehr als nur vier Telefonnummern, ähm, wir haben einen jetzt hier aufgeschmissen. Könnte man eigentlich so machen, einfach hinzugehen, okay, man normalisiert das, eigene Tabelle, hier ganz wunderbar, Nummer-ID, Kunden-ID und dann die Telefonnummer hinten dran. Kann ich dann so viele Nummern speichern, wie ich will. Macht's euch auch deutlich einfacher bei der Tabletten-Suche und Ähnliches, na, wenn man da irgendwas anderes dran schlanscht. Ähm, zur Ehrenrettung des Herstellers von der Software, wo ich das gefunden habe, ähm, in der neuen Version haben sie das Problem erkannt, angegangen, die Tabelle sieht jetzt so aus. Ähm, Phone 4 bleibt auch in der neuen Version leer. Keine Angst. Ähm, bitte? Ähm, ein Mäh-String, Varchar, 20 oder sowas. Also so bei ausländischen wilden Nummern könnte es schwierig werden. Ähm, bei den Datentypen auch sehr schön. Ähm, ich bin ein ganz großer Freund von, äh, Daytime. Ich mag so diese Timestamp-Geschichten nicht so. Ähm, kommen wir später dazu. Ähm, in dieser schönen Tabelle gab's dann dieses so, Spalte erfasst. Ähm, Datentyp Daytime. Dann bin ich so, yay, sie haben Daytime verwendet. Ähm, aber der Value sieht ein bisschen komisch aus. Ich will doch eigentlich die Uhrzeit mitspeichern, wenn ich irgendwie erfasst am. Nur das Datum reicht eigentlich nicht, man will die, äh, Zeit mit drin haben. Dann gucke ich so, Spalte nebendran. Mhm. Gut. Die heißt erfasst Tim. Also, ne, eh war keins dran. Ähm, schaue ich es mir genauer an. Barbschar 10. Gut. Kann man machen. Ist dann aber halt nö. Hm. No comment. Auch so einer von diesen schönen Funden in, äh, irgendeiner der gelockten Abfragen fiel mir dieses etwas wilde Konstrukt auf. Ich nehm's mal ganz kurz auseinander. Da wird also irgendein Wert, äh, kommen wir gleich zu. Wird nach Float, also zu einer Float-Zahl, äh, gecastet, sichergestellt, dass es eine Zahl ist. Zwei Werte voneinander abgezogen. Ähm, dann mit Apps dafür, äh, sichergestellt, dass eine positive Zahl rauskommt. Und geschaut, ob denn das größer als ein Zehn-Millionstel ist. Hm. Was sind denn das für Werte? Oh. Daytime. Oh mein Gott. Habe ich nicht schon wieder vergessen, wie diese Dinger sind, oder? Boah. Jetzt hab ich den anderen Static Duper gebaut, das krieg ich den Fly nicht mehr hin, oder was? Nee. Komm. Das kriegen wir hin. Also hier, da war ein Pit. Ich muss es kurz einmal fokussen hier. Boah, wie kann man so vergesslich sein? Also hier war einer. Und dann ging der so, und dann muss der eher so sein. Und dann war hier der, ja, ich hab's. Perfekt. Die rechnen also das geändert am Datum in ein Float um, um es voneinander abzuziehen, um dann zu schauen, ob der Unterschied größer als ein Zehn-Millionstel ist. Wie wär's mit? Ist es unterschiedlich? Keine Ahnung. Könnte Rechenzeit sparen, Gerüchte zu. Auch äußerst beliebt bei den Datentypen ist die Sache mit dem Null. Also N-U-L-L, Null und leer. Null ist ein bisschen schwierig, da können wir auch gerne hin. Nee, Leute, der war eins weiter vorhin, oder? Wir müssen Chunks drüber philosophieren, ob das jetzt sinnvoll, nicht sinnvoll oder wie auch immer ist. Oder andersrum, oder? So ein bisschen, also N-U-L-L sagt man, da fehlen Daten. Also da gibt es jetzt keine Information zu, ob das jetzt... Ich hol erst mal Eisen. ...plus, minus oder überhaupt irgendwas ist. Man könnte auch sagen, da fehlt noch ein Eintrag vom User. Ich habe hier mal wild was rausgegriffen als Beispiel, auch wieder diese Artikeltabelle. Bestand 10, Beschreibung vom Artikel irgendwie bla-la-la. Völlig egal. Wenn man jetzt wenigstens durchziehen würde mit diesem Null oder leer. Aber nein, es finden sich alle Werte drin. Also wie man Null bei einem Bestand, also N-U-L-L bei einem Bestand verwenden kann, fällt mir ein bisschen schwierig, weil da ist entweder Zero, also Null, oder er ist von mir aus sogar negativ, kann man diskutieren. Aber N-U-L-L-L sicher nicht. Und auch in so einer Beschreibungsspalte mache ich halt ein Leerzeichen rein oder halt Empty Spaces. Da brauche ich kein Null. Das Problem ist dann nämlich auch, dass man dann hinterher diese wunderschönen Abfragen ständig braucht. If Null, Bestand, Es Bestand und so weiter. Geht dann Kopierpasten, aber wird halt lang und hässlich. Kurz zusammengefasst, gehen wir auch gar nicht näher drauf ein. Passenden Datentyp wählen ist eigentlich immer ganz gut. Also Timestamps vielleicht nicht unbedingt als Tring abspeichern, wissen schon. Performance, Indizierbarkeit, Speicherbedarf ist da eigentlich immer ganz wichtig. Null, sagt man so vielleicht eher vermeiden, es sei denn man weiß, was man tut. Kann aber auch durchaus mal sinnvoll sein. Und bitte, bitte, bitte unbedingt in Datenbanken, lasst die Finger von Unix Timestamps in Datenbanken. Ich sage jetzt nur so schöne Dinge wie Zeitzonen. Wird schwierig, macht keinen Spaß. Daytime lässt sich super verarbeiten, ist gut lesbar. Die Datenbanken können das alle, die können das auch alle flott. Man kann so schöne Sachen machen wie, gib mir alle Daten aus dem letzten Jahr und schreibt dann einfach nur hier hinten dran und wunderbar. Man kann danach gruppieren, nach Tag und so weiter. Wer das mal versucht hat mit Unix Timestamps zu bauen, der weiß, das ist überhaupt gar keine Freude. Und irgendwie 2038 oder was ist jetzt auch nicht mehr so lange her hin. Ansonsten bei den Datentypen gilt wie immer, RTFM. Die stehen nämlich tatsächlich alle manuell, nur so als Erinnerung. Abfragen, auch immer wieder einer der schönen Dinge. Man hat so den Profiler offen und dann wundert man sich, warum das Aufrufen eines Kunden 380 Abfragen an die Datenbank braucht. Okay, schaut man mal so. Naja, 2, 3, 4. Das sind alles einzelne Abfragen. Also, ne, so einmal komplett. 42 Abfragen hinter einer Datenbank. Da hat jemand eine Schleife gebaut. Und die Abfragen in der Schleife drin. Schleifende Datenbanken, Abfragen, ganz schlechte Ideen. Oh Mann. Also so auch nicht mal in Ausnahmen, weil das eskaliert sehr schnell. Riesen Flaschenhals. Und vor allem ist eine Datenbank dazu da, genau sowas zu verarbeiten. Ich habe da mal ein paar Vorschläge aufgeschrieben. Inner Join, Left Outer Join mit Is Not Null oder auch dann Where In und Hinterher. Oh, hier ist mein Eisen hin. Von IDs reinwerfen, also irgendwie ein Array flatten und so weiter. Okay, ich war jetzt sicher, 5 Minuten Eisen holen, ich habe keinen Eisen. Bei allen, ein Weg findet sich sicher, sobald ihr in einer Vor- oder Weilschleife eine Datenbank... Ah, ich habe es in die Kiste reingelegt. ... noch mal einen Meter zurück. Das geht meistens schief. In die Schalke. Ich habe mal gesagt, so lieber eine große Abfrage statt vieler kleiner. Bei kleinen Abfragen habt ihr ganz gerne, oder bei vielen Abfragen habt ihr gerne... Also Aufbau, Verbindung, Authentifizierung zur Datenbank, etc. Spart man sich da dann. Was die Joints betrifft, ich habe da ein schönes Wenddiagramm gefunden. Hat ein guter Herr Moffat irgendwo veröffentlicht. Link steht drunter. Die komplette Slides liegen mittlerweile online. Das ist nicht mein Ernst. Mein Gott. Da kann man sich das noch mal ganz gut anschauen. Und diese Grafik fand ich gerade am Anfang sehr angenehm. Man hat nicht unbedingt immer im Kopf, wie genau man jetzt gerade das Schalke bauen soll. Datenbankabfragen nutzen habe ich extra noch mal aufgeschrieben. Zum Beispiel so Sachen wie Summe oder Average, also Durchschnitt bilden. In der einen Software habe ich entdeckt, dass die 50.000 Rechnungen, also alle Rechnungen, die mit der Software geschrieben worden sind, zieht. Um sich dann eine Summe daraus zu bilden im Frontend. Okay. Zwei Abfragen über zwei Spalten aus der gleichen Tabelle mit den gleichen Einschränkungen. Also geht auch in einer. Weiß ich nicht, warum die das nicht so machen. Oder sie suchen irgendwie, ziehen sich eine Liste von wirklich allen Kundennamen aus der Größenordnung 30.000, 40.000 Kunden. Um dann im Frontend über ein schlecht beschriebenes JavaScript zu suchen. Muss auch nicht sein. Dann empfehle ich starken Volltextindex. Bitte auch, wenn ihr irgendwo so die Like-Prozent seht. Das ist auch immer so ein Hinweis dafür. Da hat sich jemand nicht ganz genau Gedanken drüber gemacht. Kann man machen. Like ist so dieses so. Finde mir irgendeinen Datensatz, wo womöglich dieser String drinsteht. Mit Prozent als Wildcard muss er dann wirklich jede einzelne Zeile anfassen. Da gibt es kaum Optimierungsmöglichkeiten. Wenn ihr irgendwelche Suchen braucht, setzt euch hin. Es dauert nicht viel länger, einen Volltextindex zu bauen. Geht aber sehr viel schneller. Dann stößt man auf interessante Sachen. Gibt es irgendjemand, der ZFMT-Only schon mal gesehen hat? Microsoft-Datenbank. Ich auch nicht. Ist an mir vorbeigeflattert. So jede, ich sag jetzt mal so, jede dritte, vierte Anfrage fing damit an. Und dann guckt man mal nach. Was sagt denn da die Microsoft dazu? Returns only metadata to the client. Okay. Can be used to test the format of the response without actually running the query. Heißt auf gut Deutsch. Man kann die Abfrage hinschmeißen. Es kommt zurück, was für Tabellen oder Spaltennamen das sind. In der Entwicklung verstehe ich in der Production definitiv nicht. Vor allem, wenn man dann noch den nächsten Satz bei der Microsoft-Doku liest. Steht eins zu eins drin. Ich habe mich sehr gefreut. Schön sind dann auch so Dinge, wo man weiß, nein, er hat das manuell nicht gelesen. Cast count sternes int. Ich brauche irgendwo mal ein Bild von dem Ding. Schaut. Count always returns an int data type value. Gibt es jemand, der weiß, ob es eine Datenbank gibt, die auf count kein Integer zurückgibt? Okay, danke. Ich habe es vermutet. Kommen wir mal in einen kleinen Ausflug zum Thema Security. Kann es jemand direkt lesen? Oder soll ich jetzt einfach brute force so lange bauen, bis es startet? Irgendjemand hätte ich hier mal null raten können. Schar 1 ungesalzen, klarer Fall. Ich glaube, da habe ich was im Titel vergessen. Okay, Security. Diesmal jetzt aber mal so wirklich, so richtig. Also so mit Profis und so. Nämlich bei Obscurity. Ich habe das nachgebaut aus Gründen, um es ein bisschen erklären. La, 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 la. Ich muss nicht nachschauen. Obwohl, ich finde mal das Video nicht, wo ich das mache. Egal, ich schaue es nicht nach. Ah! Ich habe so viele von diesen Dingern gebaut. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ich jedes Mal vergesse, wie das geht. Also eigentlich haben wir direkt doch hier hinter, haben wir doch den hier. Und dann haben wir an dem hier. So. Und dann haben wir an dem hier den hier. Und dann... Stimmt was nicht. So, ah, okay, jetzt habe ich es aber. So. So. So muss ja. Neuer Eintrag in einer Datenbank. Also schreibe ich irgendwas im Frontend rein, klicke auf Speichern und schaue hinterher nach. Neuer Eintrag, Random ID in dieser Tabelle, in der Random Table. Dann steht da drin, erstelle ID, ID 23 und bearbeite ID 42. Moment. Das habe ich jetzt doch gerade eben eingetippt. Wieso hat es jemand anders bearbeitet? Dann guckt man in diese User Table. Dann gibt es da zwei Einträge. Der User mit der ID 42, aha, Austritt. Also da hat das Unternehmen verlassen, 2016. Wieso kommt diese 42 da rein? Dann gräbt man noch ein bisschen weiter und findet dann eine Tabelle mit dem wunderschönen Namen Secure User Table. Indem dann eigene IDs für die Sicherheitsbenutzer vergeben werden. Ja, also der Benutzer von mir, mein Experimentalbenutzer FUBA, ist dann auch noch so dieses schöne Detail, dass die in dieser Secure User Table, die Spalte in Spalte Name, ist das kurze Zeichen aus der Spalte User Table. Und der Spalte, also irgendwie sehr biere. Stellt sich raus, dass sie es tatsächlich geschafft haben, in derselben Tabelle unterschiedliche User IDs aus unterschiedlichen Tabellen zu verwenden. Und das nicht zu kennzeichnen. Wir hatten es vorher mit der Referenzierung. Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö da ist aber null. Benutzerinfos 2 da steht die Passwörter. Ich frage mich dann zwar ob meine Benutzerinfos dann in Kennwörter gespeichert werden, aber naja. Dann beim nächsten Folie schauen wir es uns anders an. Ich zeige euch erst wie man das theoretisch vielleicht machen würde, um uns dann anzuschauen was die gebaut haben. Als Beispiel hier so eine Countries Table kennt man alle, gibt es mittlerweile auch schon schöne Dumps zum Download. Da hat man dann alle ISO Codes drin und so weiter. Schön, Primary Key, Country ID, Country Code, Kurzzeichen, also DE für Deutschland, Currency und so weiter, was man da halt alles drin speichern will. Wenn ich jetzt die Daten für Deutschland rausziehen will, dann mache ich einfach hier, keine Ahnung, Select Stern, Countries, Where, Country Code gleich DE oder auch Country ID gleich 1, whatever. Geht schnell, sauber, straight forward, total einfaches SQL. Zu dem Teil in der Mitte kommen wir gleich. Also bei Where 1 gleich 1, okay, ich kenne das. Das war so, als ich das erste Mal mit Datenbank und mir einen Query Builder irgendwie zusammengehackt hat, da habe ich das auch mal ausprobiert, schnell festgestellt, keine gute Idee. Sie haben da ja einen Query Builder nicht im Griff, aber was dann der Rest war. Also jedes einzelne Feld nochmal in Abbau wandeln und hinterher mit Like und mit Wildcards zu arbeiten, um dann die Daten für Deutschland zu ziehen. Also es tut mir leid, da ist mir dann eigentlich nur noch eingefallen. Moment, kam das jetzt nicht? Boah, shit. Ich habe meine Präsentation nicht im Griff, ich habe da was Schönes vorbereitet. Ja. Ja, vielen Dank, das war es soweit. Fragen und Antworten gerne. Genau, ab was geht. Voll der Roast an die Person, die das geschrieben hat. Damit die Anfrage auch auf dem Stream und auf der Aufzeichnung drauf ist. Oh, um Gottes willen. Ja, wenn ein Count immer ein Int zurückliefert, was denn dann, wenn eine Ergebnismenge größer ist als ein Int? Es wird dann irgendwann ein Beginn. Also das passt schon. Nur dieses Casten nochmal ist so ein bisschen ein Überfluss. Also hoffentlich rechnet das der Optimizer raus, bevor er die Anfrage rausschiebt. Müsste man mal tun, ja. Also persönliche Meinung, warum passiert das? Es rennen ja nicht nur Vollidioten draußen rum. Ja. Ja. Warum passiert das? Ja, warum passiert das? Ich kann vielleicht mal von mir aus gehen. Ich habe irgendwie Ende der 90er angefangen, ein bisschen Datenbanken rumzuspielen. Und ich würde mal sagen, so die ersten drei, vier Jahre habe ich genau die Nummern auch gemacht. Das ist auch nicht schlimm, wenn man sowas macht. Aber man muss sich irgendwann mal bewusst werden. Ich werfe das eigentlich auch keinem vor. Nur das ist Software, die verlangen so fünfstellige Lizenzgebühren pro Monat. Den werfe ich das vor. Die Frage war, warum wird es gerefactet? Oder nicht gerefactet? Also warum aus Tel 1 Phone 1 wird. Sie steigen jetzt von Delphi-Fat-Client auf VB-Fat-Client rum. Anscheinend ändert sich da leider nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht warum. Es würde mich auch interessieren. Und ich fände es eigentlich auch schön, wenn sich das zukünftig ein bisschen ändert. Und vielleicht Firmen auch mal auf die Idee kommen, so hey, Datenbanken. Wir haben da zwar einer, der sagt, da kennt es sich aus. Aber vielleicht fragt man noch mal jemanden, der sich wirklich auskennt. Wo ist meine Kiste? Um das besser zu machen. Ich sehe die nicht im Dunkeln. Hä? Oder ist die nicht? Ist die weiter vorne? Weißig aus gesicherter Quelle haben sie nicht. Es gibt keinen Ausgesourcet im Ausland. Okay. Also wir hatten vorhin gehört, dass man seine Ids immer gleich benennen soll mit den Referenzen. Wie soll man das jetzt machen, wenn man eine User-Id referenzieren will, aber sagen, okay, der hat es bearbeitet oder der hat es erstellt. Wir hatten ja vorhin gesehen, Ersteller-Id und Bearbeiter-Id. Würde man das dann nennen, User-Id-Edit oder User-Id-Create oder wie würde man das machen? Kannst du ja selber finden, aber genauso würde ich es machen. Also ich hatte es vorhin mal kurz drin, irgendwie Changed-By-User-Id oder Edited-By-User-Id, Inserted-By-User-Id. Also einfach genau die zwei Sachen, was ist es eigentlich, was ist in dieser Tabelle, plus wenn es eine Referenzierung, also ein Fremd-Key, ein Foreign-Key ist, einfach da hinten dran, dann liest man es in einem Satz runter und du siehst sofort, der referenziert hier auf die User-Id-Table. Ich glaube, das Problem ist halt auch, dass niemand wirklich Bock hat, Nischen-ERP-Systeme zu schreiben. 100 Punkte. Ja, haben wir sonst noch eine Frage? Ansonsten, vielen lieben Dank an SMTV, einen großen Applaus. Dankeschön. Ja, hatte auf ein paar spannendere Sachen gehofft, weil es irgendwie nur Roast an simple SQL-Quellen, die ein bisschen unoptimiert waren. auch nichts Unerwartetes da. Ne, aber kein Hate an den Speaker, aber hat mich nicht ganz abgeholt der Talk. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode. Schaut doch mal auf dem Minecraft-Server hier vorbei, wenn euch der Talk mehr abgeholt habt oder auch nicht. Schaut einfach mal rüber. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, müsst ihr eigentlich mal einen Klick bei dem Herrn drüben abgeben, mindestens bei der Media CCC oder so, weil, ja, ist sonst ehrenlos. Ja, sonst kommt man hier auf sillyhuhn.com vorbei. Und, ja, das war's dann mit dieser Folge der Dauerperbesendung. Wir sehen uns in der nächsten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.